Ey, wie geil ist das denn? What the fuck? Der Ballermann 04 wird heute zum Ballermann24. Denn wir machen wieder Check24-Kunden glücklich. Beim Check24-App-Check-Turbandschießen spezial. Und so geht's. Jeder, der die Check24-App am Handy hat, darf mitballern. Drei Versuche. Wer trifft, bekommt diese 1.000 Euro. Ich würd sagen, los geht's. Die sehen so aus, als wenn sie kein Problem hatten mit dem Turbandschießen. Hallo zusammen, hi. Hallo. Erst mal die Frage, Mallorca-Geiles Wetter, wie ist die Stimmung? Mega. Cool. Ah, schon mal gewonnen mit diesem Outfit. Richtige Getränke in der Hand. Jetzt fehlen noch diese 1.000 Euro. Ich hätt Bock, dass sie dir gehören. Hättest du Lust? Auf jeden Fall. Ja. Auf Eifersau haben wir immer Bock. Hat einer von euch die App auf dem Handy von Check24? Ja, hab ich. Echt? Klar. Ja Bombe, zeig her. Guck mal Leute. Und da ist es wieder. Goldmember. So. Guck mal. Check24-App. Was hast du zuletzt gemacht mit der App? Irgendwann haben wir so einen Urlaub gebucht. Sogar diesen Urlaub hier? Diesen Urlaub hier. Diesen sogar? Ja. Ja Leute. Da stehen wir hier. Ab zur Türwand. Motto ist klar. Wenn 1.000 Euro kassiert werden, wird weiter getrunken und Party gemacht. Oh, da muss ich wieder direkt dazu kommen. Das sieht schon profimäßig aus. Er hat mal höher gespielt. Er hat mal höher gespielt. Und das ganze barfuß. Sicher. Der Mann ist ein Macher. Die Jacqueline hat was vorbereitet. Lara. 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 Oh. Ich sag mal so, wie gut das du schießt. Sagen wir es wie es ist. Kann ja bloß schief gehen. Okay. Es ist dein erster Schuss. Mach ihn rein. Nein. Wow. Finn Profi. Nein. Steve, kein Druck. 1.000 Euro, bitte. Steve. Hut hat sich verabschiedet. Ball war nicht drin. Egal. Komm, wir halten den mal fest. So kann man noch gar nicht. Hast du die alle selber getrunken, Steve? Lass mich kurz wieder jubeln. Gegen die Kamera geht aber auch. Was denn? Das wäre für uns ein geiles Schnittbild. Und das wären deine 1.000 Euro. Warte, wir machen es zusammen. Lara. 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 Ey, wie geil ist das denn? Mädels, das sind eure 1.000 Euro. Nimm mir das ab. Wie geil ist das denn? Jetzt. So sehen Sieger aus. Talalala. So sehen Sieger aus. Alle ganz. Talalala. So sehen Sieger aus. Wir wählen ja nicht Check24, wenn wir auch auf das vorbereitet werden. So, komm. Mach mal auf. Trink mal einen Schluck. Das musst du dann gleich noch damit draufkleben. Ich sag Prost. Jetzt kommt das angesprochene Zielwasser. Guck mal. Er trinkt besser als er schießt. Ja. Motiviert dich das oder nervt das? Beides. Okay. So. Der Ball geht zurück Richtung Judah. Ach guck mal. Jetzt hier mit. Ah, so nämlich. Druck ist bisschen größer. Ohhhh. 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 Malot. Ohhhh. Das war ja gar nicht so. Tausend Euro. Ahhhh. Flo. Danke dir. Jetzt ist der. Sorry. Haben wir das bitte auf Kamera, wie ich den angenommen habe? Hat das jemand? Das war sensationell. Alter. Soll ich schießen? Das hat auch tausend Euro verdient. Ja, aber locker. Flo mit seinem dritten Schuss. Wechsel. Ey, der. What the. Flo. Ey, Junge. Wie krass. Ich musste das erstmal verarbeiten. Der ist. Haben wir das? VR brauchen wir nicht. Flo. Acht. Neun. Und zehn. Das sind deine tausend Euro. Wuuuuh. Pass auf, Jungs. Es sollte nicht sein. Aber gar kein Problem. Die tausend Euro nämlich weg. Aber, ey, vielen Dank, dass ihr die App am Handy habt. Und das sind immerhin Euro 100 Euro. Yeah. Ich darf dir trotzdem die Check24 Socken geben. Die darfst du gerne wechseln. Richtig so. Marlon. App auf dem Handy. Trotzdem geil performt. Jungs, immerhin. Euro 100 Euro. Ja. Da kommt schon das nächste Bier. Steve, so kann es gehen. 100 Euro, weil Check24 ihr habt auf dem Handy. Und ich würde sagen, da ist Freude angebracht. Oder? Wuuuuh. Jungs. Das Motto ist alle außer Steve. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir danken euch. Und Finn, davon gibst du bitte nichts ab. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich war kurz weg und sehe, du hast erfolgreich erweitert um die Check24 Grun. Ja. Ich habe meinen Hut erweitert. Was war schwerer? Torwand schießen oder diesen Helm bauen? Torwand schießen. Deutlich. Frischst du das Tor auch? Ich? Ich habe schon dreimal getroffen. Dreimal? Ja. Bei wie viel Schüssen? Echt jetzt? Kein Ding. Wo willst du ihn denn reinhaben? Oben links natürlich. Oben links. Ja, ist kein Thema. Warte. Warte. Ja, okay. Vielen Dank, Steve. Ich war sehr nah dran und hätte auch Lust so einen Helm zu bauen, aber das erst nach Feierabend. Insofern, Steve und ich sagen, du gehst feiern. Ich suche weiter Leute und nochmal geil, dass du dabei warst. Vielen Dank. Bis dann. Mach's gut mein Lieber. Rauf und runter. Ekel, Hüpfgold und Mannschaft. Was ist das denn? Krieg 1000 Euro. Ja, Moment. Und das Tor. Ja. Dein Mikrofon, dein Job. Wie ist die Stimmung für Ekel, Hüpfgold?